Ich bin Margarit Hoffmann, bin 25 und schreibe eine Dissertation in Mathematik an der ENS. Die Goldbachsche Vermutung. Es ist das bekannteste, ungelöste Problem der Mathematik. Margarit zum Seminar! Margarit zum Seminar! Wie geht's? Nicht so gestresst, mein Schatz? Ich geh nochmal alles genau durch. Ich verstehe deine Berechnung der Konstante C nicht. Du kannst nicht gleichzeitig KN und Delta eliminieren. Das macht Ihre Argumentation ungültig. Sie wissen, dass die Uni ihre vier Jahresgehälter zurückziehen wird, wenn sie ihre Dissertation nicht fertigstellen. Ich ziehe meine Entscheidung nicht zurück. Du lernst doch nicht einfach den Katalog auswendig. Doch. Sie haben noch nicht die Miete bezahlt. Wie willst du bis Samstag 1.000 Euro zusammenkriegen? Majong. Ich richte Spiele aus und nehme 20 Prozent. Majong. 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 Verstehst du nicht, dass ich Angst um dich habe? Dass ich mir Sorgen mache nach allem, was passiert ist? Das wird auch ewig so bleiben. Deshalb ist es einfacher, dich zu belügen. Stärke ist wichtig, wenn man an Goldbacher arbeitet. Das Problem ist wie ein Labyrinth. Was soll das? Das ist ja wohl nicht wahr. Ich habe den letzten Satz gefunden. Eine neue Methode, das gab es noch nie. Ich muss ihn dir unbedingt zeigen. Er ist wunderschön. Ich mac�. Ich sage das. Untertitelung des ZDF, 2020